Du musst jetzt alle aufziehen, die bisher dabei waren. Kannst du dich an alle erinnern? Nein, ich habe das schon mal probiert. Es gibt immer wieder Figuren, selbst größere Rollen, wo du sagst, okay, der hat jetzt, wie hat der in der Rolle geheißen, da, 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 aber mir fällt der Schauspielername nicht mehr ein. Oder es ist andersrum, dass du sagst, ja, der Dings hat ja bei uns mitgespielt, der Hansig raus, aber ich weiß nicht mehr, wie der in der Rolle geheißen hat. Also das ist einfach weg. Das ist ja wirklich super schwierig. Gibt es aber auch gewisse Kollegen, wo du jetzt sagst, bei das wäre jetzt super, wenn die jetzt einfach mal wieder dabei wären. Ich weiß, das ist ja sehr schwierig, es sind wahnsinnig viele. Bei mir persönlich wäre es ehrlich gesagt Lisa Tschirner, weil ich finde, das ist so ein Sonnenschein gewesen. Also liebe Lisa, fand ich einfach super. Wie ist es bei dir? Genauso, ganz genauso. Das wäre das Erste, was mir eingefallen wäre. Oder natürlich meine Tochter, die Bojana Golenacz, die ich auch sehr, sehr gern mochte. Aber da kannst du eigentlich nur einen Schiefer älzeln.